Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erfährst du, wie du in nur wenigen Schritten dein eigenes Forum mit der kostenlosen Software Discourse auf deinem Server installieren und anschließend auch einrichten kannst. Dabei zeige ich dir alle Schritte von der Serverauswahl über die Installation bis hin zur Designanpassung und dem automatischen Erstellen der Nutzungsbedingungen für dein Forum. Außerdem erfährst du in diesem Video, welche Vorteile es hat, ein eigenes Forum zu betreiben, insbesondere wie du dieses als Marketing-Tool einsetzen kannst. Wir haben also ganz schön was zu tun, deshalb würde ich sagen, legen wir doch wie immer direkt los. Hallo, mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du möchtest deinen eigenen Linux-Server konfigurieren oder benötigst Unterstützung bei der Installation von Open-Source-Software wie Nextcloud, Proxmox und 3CX? Oder du möchtest dein eigenes Forum aufbauen und suchst jemand, der dir dabei unter die Arme greift? Dann melde dich gern bei mir. Ganz egal, ob Privatperson oder Unternehmen. Bei Interesse schreib mir einfach eine E-Mail an service-at-apfel-cast.com. Fangen wir doch mal direkt mit den Vorteilen eines eigenen Forms an. Zunächst mal mit den Vorteilen bezogen auf eine gewerbliche Tätigkeit. Als erstes, du kannst ein solches Forum als Self-Support-Tool nutzen. Was bedeutet das? Stell dir vor, du hast nun ein Unternehmen und du verkaufst Produkte oder auch Software, bei der deine Kunden Hilfe benötigen. Hilfe im Umgang, Hilfe bei der Fehlerbehebung, lauter solchen Themen eben. Jetzt kannst du natürlich klassisch ein richtiges Support-Team aufbauen, kannst sowas wie eine Art Hotline hier implementieren in deinem Unternehmen. Das ist aber gerade, wenn du vielleicht Anfänger bist, Startup oder ähnliches, relativ aufwendig und auch kostenintensiv. Du kannst als Alternative nun deinen Nutzern ein Forum zur Verfügung stellen, bei dem sich die Nutzer gegenseitig austauschen können. Das heißt, gerade bei Problemen wird es auch immer welche geben, die das Problem schon selbst lösen konnten und stellen dann diesen Fix oder diese Problemlösung für andere kostenlos in diesem Forum zur Verfügung. Und somit können sich die User selber gegenseitig helfen und es bedeutet weniger Aufwand natürlich für dich. Allerdings, klar, du solltest dich natürlich dann auch mal ab und zu in dem Forum blicken lassen. Bedeutet also, du solltest das Forum überwachen, welche Themen es da gibt und insbesondere, wenn es Probleme gibt, bei denen sich die User nicht selber helfen können, solltest du da natürlich dann mit deinem Fachwissen einsteigen und diesem weiterhelfen. Aber unterm Strich natürlich weniger aufwendig als ein Direktsupport. Für viele mag das jetzt auch nach, naja, typisch Servicewüste Deutschland klingen, soll alles der Kunde schön selber machen. Aber das ist gar nicht mal so, ja, was Neues oder gar verpönt, denn wenn man sich mal als sehr großes Beispiel die Firma oder besser gesagt die Marke Unify anschaut, dann merkt man, die machen das schon sehr lange so. Unify ist ein Hersteller von Enterprise Netzwerk Hardware, habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht und der bietet fast gar keinen Direktsupport an, auch nicht wenn man dafür jetzt absichtlich zahlen möchte, sondern die verweisen fast ausschließlich auf ihr Forum, wo sich dann auch User gegenseitig helfen und ab und zu dann eben auch Admins von Unify selbst sich hier einschalten. Also auch ein wirklich praktisches Prinzip. Der zweite Punkt, wie du ein Forum vorteilhaft nutzen kannst für dich, ist, dass du das Forum als Marketing-Tool zur Generierung einer größeren Reichweite für deine Firma, für deine Marke eben nutzen kannst. Dazu ist es wichtig, dass du dich in einer Nische befindest. Das heißt, du hast Produkte, du hast Dienstleistungen, die sich in einer Nische befinden, zu denen es auch noch keine großen etablierten Foren oder Plattformen gibt. Dann ist dieses Beispiel, was ich jetzt gleich zeige, ideal. Um das Ganze mal ein bisschen praktischer zu gestalten, möchte ich dir das Ganze anhand eines Real-Life-Beispiels sozusagen zeigen. Das war ein Kunde, für den ich erst letztens ein solches Forum eingedichtet habe. Und zwar hat sich dieser Kunde auf Software und Produkte spezialisiert, die es ermöglichen, Pooltechnik, also Umwaltspumpen, Poolheizungen und so weiter, mit Smart Homes zu verbinden. Also insbesondere schon ältere, bestehende Pooltechnik, dann mit modernen, neuen Smart Home Software dann hier möglichst professionell zu verbinden. Für den war es natürlich ideal, weil da gab es jetzt noch kein großes etabliertes Forum für genau diese Nische. Er hat nun hier also ein solches Forum der Community, also dem ganzen Internet natürlich bereitgestellt, sodass Leute, die sich vielleicht zu diesem Thema zunächst einfach mal ganz grundlegend informieren möchten, erstmal schauen möchten, welche Möglichkeiten gibt es da so, vielleicht auch schon, ich sag mal, DIY-Lösungsansätze hatten, dass diese durch eine Google-Suche möglichst schnell und direkt bei seinem Forum landen. Das Ganze funktioniert dann auch, funktioniert unterm Strich sogar besser wie eine Website, denn ihr habt ja viel mehr Content, viel mehr Keywords innerhalb eines Forums, wie ihr das auf einer Website haben könnt. Denn nicht nur ihr postet da ja Themen rein und eröffnet Beiträge, sondern das machen ja auch viele User selber. Die können sich registrieren, können dann hier Fragen stellen, können eigene Ideen posten und somit landet ziemlich viel Traffic, ziemlich viele Keywords, ziemlich viele Querverweise, also alles, was Google mag. In Klammern natürlich, ich bin kein CEO-Experte, aber das bringt schon wirklich eine ganze Menge Traffic mehr als, wie gesagt, eine klassische Website. Und so kann er seine Marke, seinen Namen platzieren, kann aber auch, gerade bei Problemen, wo er eine perfekte Lösung hat, direkt im Forum auch seine Hilfe bzw. seine Produkte dann anbieten. Also auch hier ein cleveres Marketing-Tool, wenn man es richtig einsetzt. Und wie sieht es jetzt aus, wenn du Privatperson bist? Bringt dir da so ein Forum auch was? Ja, das kann durchaus auch was für dich sein. Zum Beispiel, wenn du einfach Experte in auch wieder einem Nischengebiet bist. Wenn du ein besonderes Hobby hast und du hast da eine kleine Community, die du aber vergrößern möchtest. Einfach, weil du dieses Thema an mehr Personen herantragen möchtest, egal ob das was Technisches ist, egal ob das mit Sport, Wissenschaft, wie auch immer zu tun hat. Du hast da ein Thema, du kennst dich da sehr gut aus und möchtest einfach, dass die Community wächst und kannst so der Community eine zentrale Austauschplattform bieten, um dann eben auch neuen Interessenten an dem Thema den Einstieg zu erleichtern, aber auch, um sich einfach gegenseitig in der Thematik zu festigen. Dafür eignet sich so ein Forum natürlich auch sehr gut und du kannst der gesamten Community, die sich für dieses Thema interessiert, wirklich was zurückgeben. Vielleicht stellen sie jetzt auch eine von euch die Frage, naja, warum hast du dann für deine Firma noch kein Forum? Naja, die Antwort ist ganz einfach. Das Thema Nische trifft hier wirklich nicht zu. Für das Thema Linux und Open Source gibt es zahlreiche und sehr, sehr etablierte Foren. Nur mal Stack Exchange und die ganzen Unterforen, um eins zu nennen. Also gibt es wirklich wie Sand am Meer. Da würde ich jetzt nicht groß herausragen, aber ihr habt ja hier meine YouTube-Videos. Schauen wir uns jetzt mal den technischen Part an und zwar, was benötigt ihr denn alles, um jetzt diese kostenlose Forums-Software-Discourse auf eurem Server zu installieren. Grundsätzlich benötigt ihr mal einen Linux-Server mit Root-Zugriff, also kein Managed-Server, einen klassischen Root-Server hier. Der kann virtuell sein, das kann ein Feature-Server sein, das ist zunächst mal egal. Ich zeige euch das Ganze hier mit Ubuntu 20.04 als Betriebssystem. Ihr könnt das allerdings auch mit Debian zum Beispiel machen. Was die Hardware angeht, sind die Anforderungen vom Softwarehersteller-Discourse-Server sehr niedrig. Die sprechen hier von einem Gigabyte RAM und einem 1-Gigahertz-Prozessor. Ich würde das persönlich, ich sage jetzt mal als Real-Life-Beispiel, ein bisschen höher setzen. Ich würde euch hier empfehlen, dass ihr mindestens 4 Gigabyte RAM habt, dass ihr hier einen Dual-Core-CPU habt und mindestens 50 Gigabyte Festplattenspeicher frei. Natürlich hängt das stark davon ab, wie groß euer Forum wird, wie groß es werden soll. Wenn das sich natürlich sehr stark etabliert, dann kann es auch sein, dass ihr in Zukunft mehr Leistung braucht. Aber für so einen Einstieg sollten die Werte ganz gut passen. Ob ihr das Ganze nun auf einem Server im Rechenzentrum, also einem gehosteten Server, hier installiert oder ob ihr das bei euch auf einem Home-Server installiert, ist grundsätzlich auch egal, solange die anderen Anforderungen natürlich erfüllt. Als nächstes benötigt ihr noch eine eigene Domain für euer Forum. Das kann eine volle Domain sein, das kann aber auch nur eine Subdomain sein, wie forum.meinedomain.de, wie ihr das eben möchtet. Und natürlich sollte diese Domain dann mit der IP-Adresse von eurem Server, der externen IP-Adresse, natürlich verknüpft sein. Am besten über einen DNS-A-Record. Logischerweise sollten die Ports 80 und 443 für den Server hier für das Web offen sein. Ist auch wichtig, dass ihr bei der initialen Konfiguration wirklich diese Ports direkt an euren Server weiterleitet und da keinen Reverse-Proxy verwendet. Später bei der nachträglichen Konfiguration könnt ihr das ändern, aber für die Installation ist das wirklich zwingend notwendig. Warum? Das seht ihr gleich. Und als letztes benötigt ihr noch eine E-Mail-Account für euer Forum. Den braucht ihr auch schon direkt bei der initialen Konfiguration. Ihr könnt dann natürlich einen E-Mail-Account auf einem eigenen selbstgehosteten Mail-Server nehmen oder auch ganz normal jeden anderen Free-E-Mail-Account, den es da so gibt. Also von Gmail, von Yahoo und so weiter. Ihr braucht halt nur die Server-Zugangsdaten auch. Also eben den SMTP-Server, das Passwort da dafür, solltet ihr parat haben. Aber das ist ja immer verfügbar. Bevor es mit der Installation losgeht, für die, die es interessiert, noch ein kurzer paar Worte zu der Software, die wir hier verwenden. Discourse kann man sagen, ist eigentlich so die am weitesten verbreiteste Software, wenn es ums Thema Forum geht. So ein bisschen das WordPress der Foren. WordPress ist ja eher so die Software, die man dann nutzt oder das Content-Management-System, das man klassischerweise für Blogs und normale Webseiten nutzt. Also hier einfach eine weitverbreitete Plattform hat für euch den Vorteil. Da gibt es schon sehr, sehr viele Infos dazu, gibt es viele Hilfestellungen dazu, gibt es viele Voreinstellungen. Also wirklich sehr, sehr gut beraten damit. Außerdem, was ich genial finde an dieser Software, ist der Einrichtungsassistent. Das heißt, ihr werdet wirklich Schritt für Schritt ganz normal im grafischen User-Interface direkt im Browser über alle wichtigen Schritte durchgeführt. Selbst rechtlichen Themen könnt ihr hier direkt hinterlegen, das Design anpassen, ohne auch hier nur irgendwie eine Zeile mit Code oder gar CSS arbeiten zu müssen. Also gerade für Einsteigern das Thema wirklich, wirklich wunderbar und einfach hier das Ganze zu bewerkstelligen. Auch die Installation an sich ist sehr einfach. Ja, wir brauchen die Befehlszeile, aber es gibt hier ein automatisiertes Installationsskript, das auf Docker basiert und das zeige ich euch natürlich jetzt gleich. Damit würde ich sagen, sind wir mit der Theorie aber jetzt endlich mal durch. Jetzt wechseln wir rüber am Computer und ich zeige euch, wie man das Ganze installiert. Ich bin jetzt hier bei mir auf dem Computer angekommen und habe mich schon via SSH hier mit meinem Ubuntu-Server verbunden, auf dem ich jetzt eben Discourse installieren möchte. Wie am Anfang erwähnt, basiert das Installer-Image hier bzw. das Installer-Skript auf einer Docker-Installation. Das heißt, wir benötigen natürlich zunächst mal Docker hier auf dem Server. Docker zu installieren ist mittlerweile natürlich sehr einfach. Das geht ganz einfach über apt-install-docker.io. So, natürlich wie immer, bevor ihr was installiert, solltet ihr natürlich die Paketquer mit apt-update aktualisieren und auch eure Pakete am besten aktualisieren mit apt-upgrade. Das habe ich aber hier schon gemacht. Also können wir ganz einfach jetzt hier Docker einmal installieren. Übrigens, alle Befehle, die ich hier verwende, findet ihr auch in der Beschreibung unten verlinkt. So, die Installation von Docker ist nun abgeschlossen. Allerdings müssen wir jetzt hier noch was an der Konfiguration von Docker ändern. Und zwar ist das der Storage-Driver. Hier benötigen wir den Storage-Driver Overlay 2. Das wird hier zwingend von Diskurs benötigt. Im Normalfall ist das allerdings nicht der Standard-Storage-Driver, der hier bei Docker automatisch mit installiert bzw. konfiguriert wird. Um das rauszufinden, welchen Storage-Driver ihr habt, könnt ihr ganz einfach einmal Docker und dann Info eingeben bei euch. Und dann gibt es jetzt hier eine ganze Reihe von Infos. Wir müssen einfach hier dann nach dem entsprechenden Begriff einmal suchen. Wir sehen jetzt hier Storage-Driver Overlay 2. Bei mir ist der jetzt hier schon richtig konfiguriert. Wenn das bei euch jetzt nicht der Fall ist, das hängt vom Betriebssystem meistens ab, dann müsst ihr den noch anpassen. Ich habe euch auch in der Beschreibung verlinkt, wie ihr genau diese Anpassung dann hier vornehmen könnt. Es sind zwei, drei Befehle relativ überschaubar. Nicht so schlimm, aber halt wirklich darauf achten, dass hier bei euch auch Storage-Driver Overlay 2 dran steht. Gut, wenn Docker soweit vorbereitet ist, können wir uns dann auch schon hier an die Konfiguration, an die Installation von Discourse machen. Dazu erstellen wir zunächst mal ein Verzeichnis, in dem wir dann Discourse installieren. Ich packe das jetzt hier ganz einfach einmal rein in VAR Discourse. Ihr könnt das auch anders reinpacken. Wenn ihr der Anleitung hier möglichst einfach folgen wollt, empfehle ich euch natürlich das gleiche Verzeichnis zu wählen. Mit MKDIR kann man unter Linux ganz einfach dann die Verzeichnisse erstellen. Das mache ich jetzt hier auch einmal. Dann können wir uns im nächsten Schritt auch schon direkt von Git, die neueste Version von Discourse, inklusive dieses Docker-Install-Skripts hier einmal herunterladen. Geht ganz einfach mit diesem Befehl hier. Und das wird jetzt automatisch daneben auch in dieses gerade erstellte Verzeichnis reingeladen. Dann wechseln wir mit CD kurz einmal in das Verzeichnis hier rein. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon das Setup hier von Discourse starten. Eine kleine Info allerdings noch vorab, und zwar solltet ihr jetzt schon die Port-Freigaben entsprechend für diesen Server hier vorbereitet haben. Manchmal macht man es ja so, beispielsweise bei der Nextcloud, man kann die auch erstmal nur intern erreichbar machen und macht dann, wenn man es fertig konfiguriert hat, die erst fürs Internet auf. Wir brauchen allerdings das jetzt hier schon ganz am Anfang, sonst bekommt ihr eine Fehlermeldung. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal das automatische Setup. Geht ganz einfach hier mit .discourse-Setup. Müsst ihr natürlich, wie gesagt, hier in dem entsprechenden Ordner ausführen, sonst geht es nicht. Das Erste, was wir jetzt einmal machen müssen, ist hier unsere Domain nun anzugeben. Also die ganzen Daten werden jetzt hier allgemein Stück für Stück abgefragt, aber wie gesagt, als erstes jetzt hier mal die Domain. Ich habe hier ganz einfach mal discourse.apfelcast.com gewählt. Ihr könnt dann natürlich jede Domain nehmen, die ihr möchtet, und natürlich solltet ihr, wie erwähnt, auch schon natürlich mit eurer IP-Adresse des Servers beziehungsweise eures Internetanschlusses verknüpft sein. Hier wird nämlich jetzt auch überprüft, ob genau das der Fall ist. Bei Checking Domain wird geguckt, ob hier eine Verbindung besteht. Das ist jetzt hier der Fall, sonst hättet ihr eine Fehlermeldung bekommen. Nun geht es um die E-Mail-Adresse für den Admin-Account. Also wie möchtet ihr hier initial erreichbar sein? Ich nehme jetzt hier einfach meine Standard-E-Mail-Adresse, also ganz einfach service.apfelcast.com. Wie gesagt, nehmt hier, was ihr möchtet. Ihr könnt ganz einfach irgendwie admin.atdomain.com und so weiter nehmen. Schaut euch einfach an, welche E-Mail-Adresse ihr hierfür verwenden möchtet. Ihr sollt natürlich darüber auch E-Mails empfangen können. Das ist dann später noch für die Registrierung wichtig. Jetzt geht es hier weiter an die Konfiguration des SMTP-Mail-Servers. Das heißt, ihr benötigt natürlich jetzt hier von eurem E-Mail-Server beziehungsweise eurem E-Mail-Provider hier die entsprechenden Zugangsdaten. Im Übrigen ist es hier egal, ob ihr einen eigenen E-Mail-Server habt, ob ihr euren E-Mail-Server irgendwo hosten lasst oder ob ihr Free-Mail benutzt, also sowas wie Yahoo-Mail, Google-Mail, ganz egal. Ihr findet eigentlich für alle Anbieter die entsprechenden Serverdaten. Das einmal rausgoogeln und dann hier entsprechend eingeben. Das mache ich jetzt hier in meinem Fall auch einmal. Den Port müsst ihr natürlich angeben. Und noch den SMTP-Benutzername. Das ist in vielen Fällen ganz einfach die E-Mail-Adresse nochmal komplett. Und natürlich euer Passwort. Dann könnt ihr jetzt hier noch eine Notification-E-Mail-Adresse vergeben. Also das war jetzt quasi von wo werden die E-Mails gesendet. Und jetzt kommt dann eben noch der Part an was werden die E-Mails gesendet. Hier kann man jetzt eben noch eine alternative E-Mail-Adresse eingeben. Mache ich jetzt hier auch. Von den Namen würde ich euch natürlich empfehlen, das ein bisschen anzupassen. Hier ist es bei mir eine Demo-Installation. Deswegen nehme ich jetzt hier in Anführungszeichen irgendwelche E-Mail-Adressen. Aber wie gesagt, achtet da dann am besten drauf. Dann wird hier im nächsten Schritt bei dem Installer auch automatisch ein kostenloses SSL-Zertifikat über Let's Encrypt für euer Forum dann generiert. Dazu kann man jetzt hier eine abweichende E-Mail-Adresse eingeben. Denn wenn das Zertifikat aus welchen Gründen auch immer mal auslaufen sollte, bekommt ihr solche Warnungs-E-Mails. Aber hier ist es natürlich schon so vorkonfiguriert, dass sich das alle 90 Tage automatisch aktualisiert. Wie gesagt, das ist hier nur für den Ausnahmefall. Das würde jetzt an die gleiche Notification-E-Mail-Adresse gehen. Wenn ihr hier nichts eingebt, ansonsten vergebt eine abweichende. Mir passt das jetzt hier so. Wenn ihr jetzt eine Lizenz hier habt für Discourse, könnt ihr die eingeben. Ich habe jetzt hier keine. Das ist auch gar kein Problem. Wir können das auch so nutzen. Dann können wir hier einmal einfach Enter drücken. Jetzt können wir hier nochmal alle Angaben überprüfen, die wir hier so gemacht haben. Passt jetzt hier für mich. Das heißt, ich kann jetzt ganz einfach hier einmal Enter drücken. Und dann läuft das Ganze jetzt hier einmal durch. Es kann jetzt hier doch ein ganz schönes Stück dauern, bis das Ganze hier alles runtergeladen ist. Die einzelnen Images, die Container-Images, bis das Ganze dann aufgebaut ist. Also gebt dem ruhig mal, je nach Leistung eures Servers, 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten. Und dann stehen nämlich auch gleich die weiteren Anweisungen dran, beziehungsweise können wir dann im Browser weitermachen. Also warten wir mal ab. So, wenn dann das Ganze bei euch auch ungefähr so im Terminal aussieht, dann sollte die Installation fertig sein. Und wir können jetzt auch mal in den Browser wechseln, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Im Browser angekommen, geben wir jetzt einfach die Domain hier einmal ein, die wir vorher auch eben für unser Forum hier angegeben haben, und schicken das Ganze mal ab. Und das, würde ich sagen, sieht doch gut aus. Congratulations, you installed this course. Ja, das haben wir offensichtlich gemacht. Jetzt müssen wir uns natürlich einmal hier registrieren, und zwar als Admin. Natürlich einen Initial-Account hier einmal stellen. Klicken wir auf Register. Die E-Mail-Adresse ist logischerweise vorgegeben, damit sich hier auch nicht irgendwie jeder registrieren kann, falls der irgendwie merkt, okay, auf der Domain kommt schon was. Das haben wir ja vorhin hier hinterlegt. Dann müsst ihr einfach einen Benutzername vergeben und ein Passwort. Das mache ich jetzt hier auch einmal. Dann können wir jetzt hier auch schon auf Register klicken, und wir bekommen jetzt hier eine E-Mail zugeschickt, und können dann automatisch uns dann hier über die E-Mail-Bestätigung dann auch das erste Mal auf Discourse dann anmelden. Die E-Mail, die ihr dann von Discourse bekommt, sieht in etwa so aus. Bei mir wurde das jetzt im E-Mail-Programm als Spam klassifiziert, ist jetzt aber egal. Hier habt ihr auf jeden Fall den Link, so sieht das dann aus. Den müsst ihr natürlich dann bestätigen. Ich habe den mir jetzt hier schon mal kopiert und gebe den einfach im Browser nochmal ein hier. Und dann können wir hier auch schon draufklicken, aufklicken hier to activate your account. Und dann ist der Account hier grundsätzlich mal aktiviert. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Setup-Wizard, wo wir uns durchklicken können und weitere Einstellungen, besser gesagt initiale Einstellungen, für unseren Discord-Server vornehmen können. Als erstes natürlich mal die Sprache, so die Hauptsprache für unsere Community. Das wäre jetzt in meinem Fall hier Deutsch. Dann können wir hier die Community beschreiben, also das Forum beschreiben. Ist jetzt hier eine Demo-Installation, deswegen lasse ich das jetzt hier einfach aus. Könnt ihr aber natürlich machen. Dann könnt ihr als nächstes hier noch ein kleines Willkommensthema definieren, damit einfach die Leute sehen, um was es hier so geht. Ich klicke mich hier auch einfach einmal durch. Und dann hier natürlich noch ein wichtiger Einstellungspunkt, und zwar ob eure Community grundsätzlich öffentlich sein soll oder privat. Öffentlich heißt, durch Google können natürlich dann auch Posts in eurem Forum gefunden werden und man kann dann da einfach diese mitlesen und neue Benutzer können sich natürlich dann auch selbst registrieren. Privat bedeutet, die Inhalte sehen nur registrierte Nutzer. Das ist hier ein Unterschied, das heißt, es kann nicht durch Suchmaschinen oder ähnliches gefunden werden. Müsst ihr euch entscheiden, was für euch besser ist. Das ist natürlich, wenn ihr es eher als Marketingmittel in welcher Art auch immer benutzen möchtet, ist natürlich öffentlich hier wahrscheinlich das Bessere. Dann hier noch ein wichtiger Punkt zu dem Thema, wie sieht es denn mit neuen Benutzerkonten aus. Einmal natürlich klar, Benutzer können sich selbst registrieren. Gibt es einfach auf der Seite dann einen Button, jetzt registrieren, und die registrieren sich einfach. Dann hier sozusagen das Werbungsprinzip oder auch Invite-Only genannt. Das heißt, es geht darum, dass halt schon ein vorhandener Benutzer einen neuen Benutzer quasi einladen kann, um sich hier zu registrieren. Oder man kann halt eben ganz klar sagen, die Benutzer können sich selbst registrieren, aber die haben dann nicht sofort Zugriff auf das Forum, auf das Portal, sondern das muss erst genehmigt werden. Ich denke, manchmal kann das hier Sinn machen, manchmal auch. Das hängt so ein bisschen von der Anwendungsform von eurem Forum ab, wie offen ihr da seid oder auch wie exklusiv ihr die Inhalte darauf halten möchtet. Dann geht es jetzt hier noch so ein bisschen in das Thema Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen rein. Denn ihr müsst jetzt hier zum Beispiel eine E-Mail-Adresse auch für eine Kontaktperson, für eine verantwortliche Person für dieses Forum hier vergeben, dass man da bei rechtlichen Sachen und so weiter euch dann auch kontaktieren kann. Und ihr könnt dann hier noch so eine Art Über-uns-Seite dann noch verlinken, also außerhalb von einem Diskurs auf einer Website beispielsweise, wo ihr dann mehr über das Projekt erfahren könnt. Dann können wir hier auch auf nächstes klicken. Jetzt gibt es hier nochmal ein paar rechtliche Informationen zur Organisation. Die werden dann später automatisch in die Nutzungsbedingungen mit eingefügt. Also zum Beispiel Firmenname, wenn ihr eine Firma seid oder euer Vereinsname, wie auch immer, das müsst ihr hier eintragen. Anzuwenden ist recht, ganz klar. Deutschland und Stadt für Rechtsstreitigkeiten sind einfach solche Rechtsbegriffe hier. Ort der Gerichtsbarkeit sozusagen, das wäre hier Berlin. Müsst ihr euch einfach mal informieren, wo das bei euch der Fall dann wäre. Jetzt geht es dann hier auch schon ans Styling ran. Ihr könnt hier so ein bisschen das User-Interface von eurem Diskurs-Forum einmal anpassen. Ihr könnt einmal sagen, soll das eher light sein, also hell, soll das dunkel sein, soll das neutral sein, grau. Ihr seht, da gibt es eine ganze Auswahl an verschiedenen Farmschemata. Ich lasse es jetzt hier mal beim Standort auf light. Ihr könnt hier die Standardschriftart wählen. Auch hier lasse ich es auf der Standardschriftart areal. Und ihr könnt hier den Homepage-Stil wählen. Also, wenn man sich einloggt auf der Startseite, was soll man sehen? Aktuelle Themen, nur Kategorien und so weiter, was für euch eben Sinn macht. Also, hier könnt ihr das schon mal dann ein bisschen anschauen. Hier seht ihr dann, wie ein einzelnes Thema aussehen sollte. Oder auch dann, wie gesagt, die Homepage. Wenn ihr jetzt hier was verändert, würde das entsprechend anders aussehen. Also, eigentlich auch ganz einfach hier schon in den ersten Schritten das Design anzupassen, ohne auch hier irgendwie nur eine Zeile Code oder CSS in die Hand nehmen zu müssen. Hier könnt ihr dann noch eure Logos hochladen, wenn ihr möchtet, damit das Ganze dann auch entsprechend gebrandet wird. Einmal eine Wortbildmarke sozusagen und eine reine Bildmarke, also ein quadratisches Logo, könntet ihr dann hier auch hinterlegen. Steht auch hier dran, in welchen Formaten das Ganze am besten sein sollte. Als nächstes geht es auch weiter hier mit dem sogenannten Fave-Icons. Also, was man im Browser oben sieht, könnt ihr auch hier ein entsprechendes Logo dann hochladen. Erstellt das am besten mit einem Fave-Icon-Generator, dann ist es auch in der richtigen Format, in der richtigen Auflösung. Gibt es einige dazu, einfach mal googeln. Und dann gibt es auch hier noch ein großes Symbol, wenn ihr beispielsweise das Ganze dann für eine App verwendet oder auch als größeres Browser-Bookmark, was ja einige Browser auch unterstützen, könnt ihr das dann hierfür auch hochladen. Angaben stehen hier, wie gesagt, dran. Dann geht es auch schon als nächstes los mit dem Erstellen eures Teams. Ihr könnt jetzt hier ein weiteres Mitglied einladen, könnt sagen, das soll beispielsweise ein Moderator sein oder ein normaler Benutzer. Mache ich jetzt hier auch einfach mal. Dann kann ich jetzt hier einfach auf Hinzufügen klicken und könnt natürlich noch mehr einladen. Ja, und dann sind wir hier auch schon durch mit dem Setup-Assistent. Hier steht es jetzt auch schon, dein Discourse ist bereit. Klicken wir hier einmal auf Erledigt und dann sind wir auch schon hier drin, direkt auf eurem Forum. Ihr hättet jetzt hier auch noch mal so eine kleine geile Tour. Aber ihr könnt natürlich jetzt hier anfangen, das Ganze noch weiter anzupassen. Ihr könnt schon erste Posts hier, erste Themen erstellen, weitere Nutzer hinzufügen, Werbung für euer Forum machen oder was ihr eben damit machen möchtet. Aber wie ihr gesehen habt, relativ einfach eigentlich, das hier alles aufzubauen. Ich hoffe, die Installation hat bei euch auch auf Anhieb funktioniert. Wenn dem nicht so ist oder ihr allgemein Unterstützung in dem Thema Forumaufbau oder auch hier Installation von Discourse sowie weitere Open-Source-Software benötigt, schreibt mir, wie gesagt, gerne eine E-Mail an service-at-upvercast.com. Ansonsten, wenn ihr euch weitere Videos zum Thema Discourse wünscht, dann lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr zum Thema Linux, Open-Source und viele weitere verpassen möchtet, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.